Hallo und herzlich willkommen bei TubeMac, deinem YouTube-Magazin. ConCrafter, oder auch Luca genannt, lädt auf seinen YouTube-Kanal hauptsächlich Challenges, Vlogs und Comedy-Videos hoch. Damit erreicht der Student, der mittlerweile seine letzte Uni-Klausur hinter sich hat, 2,5 Millionen Abonnenten. In diesem Video zeigen wir euch, wie viel Geld Luca mit seinem Hobby schätzungsweise verdient. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Wir berücksichtigen hier natürlich nicht nur die reinen YouTube-Einnahmen, sondern noch die Einkünfte aus seinem Merchandise-Shop, Product Placements, Affiliate-Einnahmen und seine weiteren Tätigkeiten. ConCrafter hat pro Monat durchschnittlich 34 Millionen Aufrufe. Dadurch folgt, dass er rein durch die YouTube-Werbung etwa 25.000 Euro brutto pro Monat verdient. Als nächstes betrachten wir seinen Merchandise-Shop. Der Luca-Shop verzeichnet durchschnittlich mehr als 260.000 Besucher pro Monat. Wenn wir davon ausgehen, dass 3% aller Besucher durchschnittlich für 35 Euro einkaufen und ConCrafter selbst eine Provision von 15% erhält, macht er ca. 41.000 Euro brutto pro Monat. Als nächstes hätten wir seine Produktplatzierungen. Auf Instagram hat Luca 1,5 Millionen Abonnenten, auf Facebook hat er über 300.000 Fans und auf Twitter folgen ihm fast eine halbe Million Leute. Aufgrund seiner Reichweite schätzen wir seinen Verdienst durch die Product Placements auf rund 10.000 Euro brutto. Kommen wir nun zu den Affiliate-Einnahmen. In jeder Videobeschreibung verweist Luca auf Produkte von Amazon. Bei einem Kauf erhält er eine Provision. Bei seinen Klicks schätzen wir, dass er weitere 4.000 Euro brutto pro Monat verdient. Zum Schluss betrachten wir die Einnahmen aus seinen weiteren Tätigkeiten. Luca hat beispielsweise für den Kinofilm Angry Birds als Synchronsprecher gearbeitet. Zudem hat er bereits ein Buch veröffentlicht. Sein Buch ConCrafter – Neue Minecraft Facts und Comments erschien in einer Auflage von 45.000 Exemplaren und war bereits nach zwei Tagen ausverkauft. Wir schätzen, dass er durch solche Tätigkeiten weitere 5.000 Euro brutto pro Monat verdient. Wenn wir nun alles zusammenrechnen, kommen wir auf eine stolze Summe von 85.000 Euro pro Monat. Davon lässt es sich wohl ganz gut leben. Dieser Wert beruht aber allein auf einer Schätzung. Außerdem handelt es sich hierbei natürlich um Bruttobeträge. Abgezogen werden davon dann noch Steuer- und Sozialbezüge wie Krankenversicherung und Altersvorsorge. Was ist eure Meinung dazu? Was würdet ihr mit so viel Geld machen? Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen. Abonniert auch unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir würden uns auch über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!